In Führung, da geht es dir gut. Das ist der Moment der bequemste Sessel, den man in Kitzbühel haben kann. Richtig. So, Dave Riding, der hier schon mal pausenführender war, weil wir gerade drüber geredet haben. Dann ist es sich nicht ausgegangen für ihn. Ist dann auf Rang 2 gelandet, 2017. Sein bestes Ergebnis in einem Weltcup-Slalom. Sehr gut, das ist gut. Sehr, sehr fein. Nie gab es, ich sage es immer wieder, einen britischen Weltcup-Sieger. Ja, das wäre natürlich cool. Aus mehreren Beweggründen. Aber einer davon natürlich auch der Tourismus, der Skisport an sich. Vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Du, was macht ihn aus? Ganz eine ruhige Fahrweise. Mit sehr viel Gefühl und den Ski immer am Boden, auf Zug. Schön ist er, diesen Übergang fahren. Das könnte, das muss ja ausgehen. Dave Riding, 1, 41, 26. Das ist die drittschnellste Zeit im zweiten Lauf und er ist wieder da. War nicht ganz fit die letzten Tage, ein bisschen kränklich. Vielleicht kann man den letzten Wert der Haarnadel einspielen vor dem letzten Übergang. Die muss man genauso fahren, wie er gefahren ist. Die hat er sauber erwischt und dann nimmst du das Tempo ins Ziel mit. Das ist befreiend für ihn, Dave Riding. Wie ruhig die Skilaufen. Gewaltig. Da kommt er rein. Ins Zielfinish. Da hat er viel Tempo mitgenommen. Das ist wirklich gewaltig. Anerkennendes Applaudieren der beiden Norweger, die hier die Führung abgeben müssen. Dave Riding setzt sich an die Spitze mit einer tollen Fahrt. 1, 41, 26 ist die Marke und fünf Läufer stehen nach oben. Was war da hinten, der Dave? Der Dave Riding nach dem ersten Durchgang rückt.